Hallo und willkommen zurück bei On The Table. Heute mit dem White Dwarf für April 2018. Leider eine Woche verspätet. Lag jetzt nicht am White Dwarf oder Games Workshop oder an der Post, sondern ich kam einfach nicht dazu, den zu lesen. Was allerdings auch nicht allzu viel ausmacht, weil ja eigentlich diese, was es halt meistens geht, diese Games Workshop Neuigkeiten sind eigentlich keine Neuigkeiten, weil das ist eh schon mehr oder weniger alles bekannt und schon im Laden zu haben. Und das, was noch nicht irgendwie zu haben ist, was aber auch schon irgendwie zum Vorbestellen ist oder schon irgendwie angeteasert worden ist, ist halt hier irgendwie nicht so wirklich drin. Na gut, nichtsdestotrotz gucken wir mal herein. Und ja, also wie gesagt, es ist viel Altes drin, sagen wir mal so. Teilweise auch schon irgendwie Sachen, die es im letzten Monat dann halt irgendwie schon zu kaufen gab. Und ja, deswegen, ich weiß jetzt nicht, warum Games Workshop das so ein bisschen komisch halt macht, weil sie es vorher irgendwie, ja halt wirklich im White Dwarf halt das drin hatten, was sie halt in diesem Monat halt rausgebracht haben oder rausbringen werden. Halt so irgendwie mit einem, ja, einer Woche Verspätung maximal. Aber hier ist dann teilweise wirklich zwei bis drei Wochen. Jo, also zuerst Warhammer 40k Forge Bane. Wieder so ein kleine, kleine Box mit Armeen. Diesmal halt, ja, mit Necrons und dem Mechanicum für 125 Euro. Wie gesagt, ist jetzt erhältlich. Allerdings kam das auch schon im März, glaube ich, halt raus. Die vorletzte Märzwoche irgendwie, ich glaube, kurz, war das Ostern? Keine Ahnung. Also ist halt schon wirklich etwas länger halt draußen. Deswegen wundere ich mich da so ein bisschen. Ich habe mir die Box gekauft. Ich habe noch kein Review gemacht. Ist soweit ganz in Ordnung. Deswegen, es gibt da ein paar neue Modelle halt drin. Einmal den Necron Kryptek mit hier dieser Kruftspinne und halt einem neuen Mantel. Sieht soweit ganz gut aus. Die Regeln sind eigentlich auch ganz cool. Und halt auf Seiten des Mechanicum, die hier diese beiden Mechs, die, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißen. Guck gerade, ne, da steht es, glaube ich, nicht drin. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen. Die etwas kleineren Knights. Auch halt ein paar coole Modelle. Und ja, also von den Armeen halt her ist es okay. Und für den Preis geht es dann halt auch in Ordnung. Deswegen, also für die, ich glaube, Arminger Warclaves irgendwie, irgendwie sowas. Da gibt es halt noch keinen Preis für auch den Kryptek noch nicht. Und ja, alles andere sollte sich in diesem Preisrahmen sowieso schon irgendwie amortisiert haben. Sodass wer irgendwie mit Necrons anfangen will oder halt mit dem Mechanicum anfangen will, der findet hier auf jeden Fall halt auch eine gute, ja, sagen wir mal, Startarmee. So, ah ja, hier, die Knight-Armiger Warclaves, genau. Das sind die, die da halt mit drin sind. Werden hier auch nochmal so ein bisschen vorgestellt. Dann ebenfalls schon etwas älter ist der neue Necron-Kodex und der Trocari-Kodex. Der ist jetzt seit vorletzter, ne, seit letzter Woche erhältlich. Vorletzter Woche halt vorbestellbar gewesen. Aber halt auch, wie gesagt, der Necron-Kodex, halt auch schon ein bisschen länger halt draußen. Der kam eine Woche vor dem Trocari raus. Und ja, wie gesagt, alter Kram. Dann gibt's zum Trocari-Kodex auch eine neue Start-Collecting-Box. Was nicht abgebildet ist, ist, dass auch der, oder dass die Necrons eine neue Start-Collecting-Box halt haben. Hätten sie jetzt hier auch irgendwie halt reinbringen können. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die haben halt auch eine neue Start-Collecting-Box bekommen. Ja, aber leider halt nicht drin. Und halt natürlich jeweils zu dem neuen Kodex halt auch neue Datenkarten. So, dann die einzigen tatsächlichen Neu-Vorstellungen, die jetzt nicht irgendwie schon urig alt sind, sind die zwei neuen Shadespire-Erweiterungen, beziehungsweise, ja, Figuren-Boxen. Einmal die Magos Unhold und die Weitläufer. Halt ganz coole Modelle. Aber, da ich jetzt selber nicht Shadespire spiele, weiß ich halt nicht, inwiefern das dann halt was bringt. Halt dazu halt dann auch passende Kartenhüllen. Und die gibt es dann tatsächlich ab heute, also ab dem 14. für 22,50 Euro. Für, ja, drei respektive vier Figuren ist es okay. So, und dann, ja, der Kram, den man jetzt halt vorbestellen kann. Ab heute, Age of Sigmar, die Idoneth, Diebkin. Wieder ein paar Elfen. Ja, das Interessante ist jetzt halt dabei, dass man da jetzt erstmal nur irgendwie, oder halt jetzt hier im Weitwurf nur den Battleturm und die Warscrawl-Karten halt hier irgendwie vorbestellen kann. Aber halt noch irgendwie keine Figuren. Muss ich mal den Mittag halt abwarten, was dann tatsächlich heute vorbestellbar ist. Ähm, weil ich glaub's eigentlich fast nicht, dass dann einfach nur hier irgendwie der Battleturm dabei ist. Sondern, dass halt wirklich irgendwie auch schon Figuren halt rauskommen. Aber, äh, da hab ich jetzt halt so nix gesehen. Und, ähm, ja, wenn sie das dann halt machen, warum sie das halt nicht hier auch im Weitwurf halt reinmachen. Also, dann hätte man wirklich irgendwie die, halt hier Forgebane irgendwie besser auf, äh, in den März halt reinmachen. Und, äh, statt Forgebane hier über, ähm, ja, über ein paar Seiten, hier über drei Seiten halt zu machen, dann halt irgendwie noch drei Seiten, äh, neue Figuren jetzt, äh, für die hier gebracht. Ich weiß halt nicht, was da los ist. Zumal jetzt im letzten Monat halt auch nicht allzu viele, ähm, große Neuerscheinungen halt im Weitwurf drin waren. Also, da hätte man auf jeden Fall noch irgendwie Forgebane mit reinpacken können. Aber, naja, äh, man weiß halt nicht, was da so immer vor sich geht. Ja, wie gesagt, ähm, die Udonis Diebkin, halt nur immer hier so kurz angeteasert. Es gibt dann später noch ein bisschen mehr da halt drüber, ähm, Verdio Hauptsinn und so weiter. Haben auch ein paar coole Modelle. Aber, ja, ist jetzt trotzdem nicht so meins, denke ich mal. Man sollte ja Nini sagen. Neues von Forgeworld, äh, neue Legio Custodis. Da gibt's anscheinend, äh, auch neue Bits extra. Irgendwie die halt auch auf die normalen, ähm, äh, Custodis passen. Halt auch für die, äh, für Games Workshop, denke ich mal. Und dann hier die, äh, Nazgul sind jetzt, glaube ich, dann halt auch komplett mit dem dritten Dreier-Modell-Satz. Ähm, ja, Lizenzspiele, keine Ahnung, habe ich mir weniger angeguckt, weil meistens sind die Warhammer-Lizenzspiele, ja, nicht so wirklich prickelnd. Wobei halt hier, ähm, Wollmer 4DK Cladius sieht eigentlich interessant aus, aber, ähm, ohne jetzt selbst irgendwie mal getestet zu haben, weiß ich halt nicht. Äh, b-b-b-bühm. Black Library, auch hier ein paar, ja, neue Bücher in Deutsch. Was da halt rauskommt, wobei da halt auch schon vieles, ähm, ja, erschienen ist, aber das liegt jetzt eher nur daran, dass ich jetzt halt das Ganze ein bisschen verspätet mache. Ähm, weil steht hier halt alles erhältlich ab dem 7.4. Also halt pünktlich zum Erscheinen des White Dwarfs kam halt dann auch die Black Library Bücher mit raus. Juhu, dann halt hier, ja, da sollt ihr jetzt dann halt Forge Bane dann drin haben. Äh, ein bisschen Werbung halt hier des, äh, Mechanicus, äh, wie man da halt die Armee erweitern kann. Und halt hier von den Necrons, hier ist dann auch tatsächlich mal das, ähm, ja, die neue Start Collecting Box für die Necrons halt mit drin. Ähm, hat sich ein bisschen verändert. Äh, da waren ja sonst vorher nur die, ich glaube, waren nur Warrior, der Overlord und der Stalker und Scarabs dabei. Ähm. Ähm, und jetzt sind da halt auch noch ein paar Immortals dabei und die, ähm, ja, die, die Barke, die man dann halt auch umbauen kann in, äh, na, Haku. Sodass dann halt eigentlich ein zweiter Lord, beziehungsweise ein zweiter Overlord mit so dabei ist. Und, äh, ja, für den Preis geht auch da die Start Collecting Box soweit in Ordnung. Äh, äh, ja, Leserbriefe, wie immer, nicht so gelesen. Temporale Verzerrung, diesmal April 2013, wie immer. Ich hätte lieber gerne irgendwie einen Artikel von, äh, von einem alten Weidwurf halt hier nochmal irgendwie drin, anstatt halt diese Zusammenfassung. Würde in meinen Augen immer noch irgendwie so ein bisschen mehr Sinn machen. So, Einsteigerleitfaden zu den Stormcast Eternals. Ähm, ja, nochmal so ein bisschen zusammengefasst, wer die sind. Hier irgendwie, ähm, Anführer und halt so diese unterschiedlichen Klassen. Dass da halt nicht nur irgendwie, dass das nicht alles nur, ja, dass man das nicht alles über so einen Kamm scheren kann, sondern halt, ähm, doch auch irgendwie so ein bisschen aufschlüsseln kann. Eigentlich auch ganz so gut so gemacht. Dann die, der ultimative Leitfaden zu den Idonis Deepkin. Hier werden die so ein bisschen beschrieben. Auch so, ja, ein bisschen Design-Sachen geklärt. Aber hauptsächlich, wer die sind, äh, was man da jetzt erwarten kann. Äh, was da halt auch rauskommt. Also ein bisschen, ein bisschen Fluff ist drin. Und, ja, wie gesagt, so, ich bin da ein bisschen enttäuscht, dass jetzt da im Gameswork, ähm, im Whiteworth, äh, April, halt so auch noch keine Figuren irgendwie mit drin sind. Außer halt jetzt hier irgendwie so dieser, äh, Gruppenshot. Und, ähm, ja, keine, keine Ankündigung davon gemacht ist. Dann nochmal die Black Library, äh, ein paar Bücher. Ähm, ja, dann Spielbericht. Ähm, natürlich hier jetzt dann halt auch die, äh, Forgebane-Fraktionen. Die, ja, erweiterten Armeen. Ähm, halt diesmal auch wieder Necrons. Und ich bin ja auch ganz froh, dass das eine halbwegs vernünftige Armeezusammenstellung ist. Und nicht so wie beim letzten Mal. Ähm, trotzdem, was ich da so ein bisschen anzumeckern habe, ist, dass die Armeen, äh, definitiv hier irgendwie zu groß sind. Da wäre es vielleicht auch ein bisschen praktikabler und realistischer, wenn Gamesworkshop da, sagen wir mal, ne, ja, sagen wir mal, ne normal große Armee nutzen würde. Und nicht hier irgendwie auf, äh, Machtpunkte mit, äh, über 150 Machtpunkten. Ich weiß nicht, wie, was nachher das hier irgendwie in den, äh, normalen Punktekosten halt drin wären. Also, die sind da bestimmt bei fast 4000 Punkten oder sowas. Und, äh, die würde kein Mensch dann halt spielen. Also, da irgendwie eventuell kleinere Armeen halt machen. Klar, die wollen halt alle, ähm, oder halt möglichst viele, ähm, Einheiten halt nutzen können, um halt auch die zu zeigen. Aber halt in, in Form von einem schriftlichen Spielbericht fällt das dann halt eh nicht so besonders gut auf, wie sich jetzt einzelne Einheiten gegen andere Einheiten halt schlagen. Also, da dann eher auf, sagen wir mal, ne realistischere Größe, was sich von, äh, ich sag mal, 100 Machtpunkten halt beschränken, ähm, würde auch reichen. Deswegen, weil, deswegen, auch wenn der Spielbericht eigentlich soweit ganz gut ist, aber man, äh, ja, überliest dann doch vieles und, naja, irgendwie, äh, ist der Realismus halt nicht so gegeben zu einem normalen Spiel. Zumal die halt dann auch die Zeit halt haben, um das halt durchzuführen. Ich glaub, wer, wer, wer das irgendwie normal halt spielen würde, der wäre mindestens den ganzen Tag beschäftigt, wenn nicht sogar zwei. Und, ja, das, das kommt dann halt auch so jetzt hier im Spielbericht halt nicht rüber, wie, wie lang dann halt tatsächlich das Spiel dauert. Äh, Posen, halt so ein bisschen Designanmerkungen. halt auch für die einzelnen Modelle. Und da muss ich ehrlich sagen, halt auch gerade jetzt bei den, äh, neuen Figuren, die halt rauskommen, dass, äh, Games Workshop da auch vieles, äh, richtig macht. Ähm, gerade in Betracht von, ja, Dynamik irgendwie darzustellen halt. Oder, äh, irgendwie, ähm, halt hier auch bei, bei den fliegenden Modellen halt irgendwie, dass die halt wirklich immer so aussehen, als würden sie halt tatsächlich fliegen. Dass man halt wirklich irgendwie zweimal hingucken muss, wo man dann feststellt, wo überhaupt dann die Figur halt fest ist. Und, äh, wie gesagt, das macht Games Workshop eigentlich soweit richtig. Dann die vier Kriegsherren, ja, da gibt's eigentlich auch nicht allzu viel Neues. Da war jetzt auch nur irgendwie, mal, äh, so viel wie geht. Monat anscheinend, äh, also beziehungsweise erweitere deine Armee um irgendwas. Hauptsache es ist bemalt. Ähm, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, ja, aber halt schon einige cool bemalte Modelle halt dazu gekommen. Sammlungen in Mittelerde, da gibt's dann halt auch so ein bisschen Hintergrundinfos halt, was es da halt auch für, für Modelle halt gibt. Und, ähm, ja, dass man halt dann irgendwie, ja, Filme nachstellen kann oder halt jetzt dann eher die Szenarien halt spielen kann und deswegen da Modelle halt braucht. auch eigentlich soweit halt auch ganz, äh, interessant, zumal, ja, irgendwie halt Herr der Ringe und, äh, der Hobbit da immer jetzt so die ganze Zeit so ein bisschen im, ähm, ja, im Hintertreffen halt waren, dass man halt das grad immer noch irgendwie in, äh, in der Forgeworld-Sektion dann irgendwie halt paar neue Modelle dann gesehen hat und dann eventuell im White Force selber halt irgendwelche neuen Szenarien oder die kamen jetzt dann halt auch eher, ähm, in der, äh, früheren Vergangenheit dazu. Aber man hat die irgendwie so ein bisschen immer aus den Augen verloren. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass es jetzt dann halt auch noch mal immer so ein bisschen aufgegriffen wird, sei es halt durch die neuen Szenarien oder halt hier durch so einen kleinen Bericht. Auch wenn mich das Ganze jetzt halt nicht ganz so sehr anfixt wie irgendwie halt was anderes. Aber trotzdem, äh, schön zu sehen, dass es halt immer noch, äh, irgendwie Herr der Ringe und so weiter halt gibt. Und, ja, wäre halt immer nur noch schön, wenn man dann halt, äh, bei der Forgeworld-Sache dann sehen würde, wie teuer denn die Modelle sind. Aber gut, deswegen ist es halt Games Workshop, ähm, Magazin und kein Forgeworld-Magazin, obwohl es im Prinzip das, ja, das ist dasselbe Haus irgendwie, mehr oder weniger ist. Dann ein kleines Loyalistenhaus mit Knights. Alles in Lila und Gold gehalten, äh, soweit ganz nett anzusehen. Halt hier auch mit, mit den Farben, wie es bemalt worden ist. Und, ja, was mich so ein bisschen überrascht hat, war halt hier das, äh, Schlachtfeld, wo man so ein bisschen, ähm, sehen kann, wie, also ich weiß jetzt nicht, ob wie Games Workshop, also wie, ähm, die hier irgendwie so ein Schlachtfeld halt aufbauen für die Warhammer World. Und, ja, also das war auf jeden Fall recht interessant zu lesen, halt für, so aus Modellbauersicht, wie dann halt hier irgendwie dieser, äh, Fluss der Seelen halt gemacht wird. Hier diese einzelnen, äh, Krüfte auf diese Etagen halt gesetzt werden. Ähm, ja, wie gesagt, es war schon relativ interessant. Und dann halt hier einmal so komplett. Und, ja, deswegen ist es halt schon eine große Platte, aber es ist halt die, die normale, sagen wir mal, eine normale Spielfläche. Und, ja, muss man halt gucken, vielleicht kann man dann irgendwie so, so ein Segment, ähm, dann halt auch mal für irgendwie ganz normale Präsentationen oder für Amis on Parade, ähm, ja, versuchen selber irgendwie zu bauen. Man braucht halt nicht die ganze Platte, weil da haben die meisten, äh, oder die wenigsten Leute den Platz halt dafür, aber halt irgendwie ein Segment. Und, äh, da versuchen dann halt irgendwie ein paar Figuren unterzubringen, sollte halt möglich sein. So, dann hier irgendwie noch mal so eine, sagen wir mal, taktische Vorstellung der Trocari, halt durch den neuen Kodex, halt hier noch mal irgendwie so ein bisschen zusammengefasst, die einzelnen Einheiten halt vorgestellt mit ihren Vor- und Nachteilen, wobei hauptsächlich sind da immer die Vorteile halt genannt. Ähm, ja, was mich so ein bisschen hier bei den Trocari halt, oder Dark Elder, wie sie vorher halt hießen, stört, ist, dass es halt fast ausschließlich nur irgendwie, ähm, ja, Games Workshop, Shop-eigene Modelle halt sind, also die man sonst jetzt irgendwie in einem Zweit-Shop irgendwie so nicht bekommt, wo man es halt dann irgendwie günstiger kriegen muss. Also die muss, kann man halt nur in einem Games Workshop, Shop? Äh, halt in einem Games Workshop-Laden halt kaufen oder halt, ähm, online bestellen. Das ist ein bisschen, ein bisschen doof, finde ich. Deswegen, es gibt einige Sachen, die gibt's halt dann auch frei erhältlich, aber halt vieles, was halt auch irgendwie interessant sein könnte, gibt's dann halt leider nur exklusiv. Dann einmal so ein kleines, ähm, Shadespire-Turnier, was die halt untereinander so ausgefochten haben. Ähm, eigentlich soweit ganz interessant. Allerdings, wie gesagt, ich kenne die Regeln halt nicht so. Deswegen konnte ich da nicht allzu viel mit anfangen. Ähm, dadurch, dass sich halt viele Armeen oder halt viele Figuren dann halt auch wiederholen, ist es halt dann auch immer ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen einseitig. Auch wenn halt viele unterschiedliche Leute gegeneinander halt gespielt haben, aber die Anzahl der, ja, der Armeen ist dann halt noch sehr, noch sehr beschränkt. Dann eine kleine Bemal-Herausforderung, halt auch irgendwie Games Workshop intern, wo dann halt auch ein paar coole Figuren halt bei rausgekommen sind. Und, ja, dann gibt's halt hier neue Regeln. Einmal für, äh, ja, Herr der Ringe, der Hobbit. Wo es da halt auch wieder neue Szenarien und so weiter halt gibt. Wie gesagt, äh, finde ich soweit halt ganz in Ordnung, auch wenn mir jetzt die, die Reihe jetzt nicht allzu viel bringt. Und dann gibt's neue Regeln für Necromanda. Diesmal halt hier Chaos-Kult-Gangs. Ähm, ja, dass man da halt nicht nur die, die ganz normalen Gangs, äh, oder die Gangboxen dann halt holt, sondern dass man halt hier auch, ähm, ähm, ja, Gangs für den Chaos-Kult selber irgendwie zusammenstellen kann aus bestehenden Modellen. Ähnlich wie beim letzten Mal. Und, ja, halt auch eine nette Idee, dass man da halt neue Regeln einfach so hinzufügt. Ohne dass man da jetzt, ähm, auch neue Figuren irgendwie kaufen muss oder, äh, diese Erweiterung irgendwie kaufen muss. Lesermodelle, ja. Gut, ich soll mich ja nicht beschweren, aber dann auch schon mal Schöner dabei. Aber sind soweit in Ordnung. Wie, über ein paar Seiten, diesmal. Dun-dun-dun-dun. Dann, ja, aus dem Bunker. Was die halt so ein bisschen gemacht haben, wie immer. was halt auch ein bisschen interessant war, war halt hier Arena des Todes, halt der Armiger Warclave beziehungsweise mehrere gegen andere Mechs und wie sie sich dann halt schlagen jo, und da sind wir dann auch schon durch nächster White Wolf am 4. Mai, mal schauen, deswegen könnte natürlich wieder sein dass es ein bisschen verspätet kommt durch diverse Feiertage aber, naja, schauen wir dann mal und ich muss ja dann auch gucken, dass ich es halt gelesen bekomme und nicht eher irgendwie wie in diesem Monat erstmal ja, keine Zeit dafür dann bekomme und es dann irgendwie wieder eine Woche nach hinten verschieben muss gut, ja, da sind wir auch schon durch, sogar alles unter einer halben Stunde, diesmal ging es schnell normalerweise brauche ich ja dann immer ein bisschen länger, aber naja man kann es auch einmal hier schnell durchblättern und wie gesagt ich finde es halt ein bisschen schade, dass dann ja hier in diesem Monat vieles bei den Neuigkeiten drin steht, was es erst oder was es schon ein paar Wochen irgendwie zu kaufen gibt ich verstehe es so ein bisschen zumindest halt hier bei der Forgebane eben weil halt auch viel Forgebane Kram halt drin ist dass man es vielleicht dann jetzt halt hier in diesem Monat halt reingepackt hat aber also ich hätte sonst eher gesagt okay, man kündigt halt die Box an im letzten Monat und macht dann halt hier irgendwie einen Spielbericht und so weiter im nächsten Monat halt rein hätte ja auch gelangt also es kauft sich ja es hat sich ja jetzt auch keiner irgendwie die die Box also die meisten die ich jetzt an irgendjemanden gehört habe die halt diese Box gekauft haben die haben sich eh für die Warclave oder wegen der Warclave gekauft und die haben es dann halt auch bei Erscheinungsdatum gekauft und nicht jetzt erst irgendwie durch den Weidwurf naja gut aber das soll es dann tatsächlich gewesen sein und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder und ja vielen Dank fürs Zugucken bis zum nächsten Mal